Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Wir sind Christina und Walter von Herz über Kopf, deinem Podcast, der dich unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und heute haben wir eine Zuschrift oder eine WhatsApp bekommen und zwar zum Thema Wie erhöhe ich meine Schwingung? Wie kann ich es schaffen, dass ich meine innere Schwingung, also auch gefühlt meine innere Schwingung erhöhen kann? Ja, auch die Frequenz, auch die Frequenz all dessen, was mich umgibt, also auch der Nahrung, der Erlebnisse, die ich habe und so weiter und so weiter. Und wir sitzen hier gerade in einer total angenehmen Schwingung. Der Pool plätschert vor sich hin, die Vögel zwitschern und wir schauen hier aufs thailändische Meer und sind ganz in einer angenehmen, ruhigen Schwingung. Die Frage ist natürlich, hier gelingt es natürlich sehr, sehr einfach. Die Frage ist, wie schaffst du deine Schwingung in dem Moment zu erhöhen oder zu verbessern oder zu verändern, wenn es dir nicht so toll geht? Ja, und ich hatte gerade gestern so einen Tag, da ging es mir nicht so toll. Ich hatte eine Nacht, in der ich überhaupt nicht pennen konnte und in der ich mir unglaublich viele Gedanken gemacht habe. Und dann auch natürlich entsprechend in den Tag erstmal gestartet bin, nämlich so ein bisschen unsicher und ja auch so ein bisschen verdrossen und habe mich ein bisschen unwohl gefühlt in meiner Haut. Und da ging es wirklich darum, es mal zu üben, jetzt wieder in eine andere Schwingung zu gehen. Und Jessie hat uns da so eine ganz süße Sprachnachricht zu geschickt, weil sie meinte, ja, wie machst du das auch mit dem Essen und so? Weil sie kennt auch Essstörungen und sie meinte dann so, wie machst du das mit dem Essen? Segnest du dein Essen, bevor du irgendwas isst? Oder wie bringst du dich, besonders in solchen Situationen, wo du nicht so gut drauf bist, wie bringst du dich dann wieder in die höhere Frequenz, in die richtige Stimmung, in die richtige Schwingung? Und ich mache das jetzt nicht eben, indem ich irgendwas segne oder eine Meditation mache, sondern ich mache das, indem ich mir ganz bewusst klar werde, gerade in dem Moment, erstmal in welcher Schwingung ich mich jetzt hier gerade befinde. Und ob das eine alte Schwingung ist, vielleicht die aus dem alten Ich heraus, eine Schwingung, die ich von früher her sehr kenne, eine Schwingung, die mich eher zweifeln lässt an mir, an allem, was ich so mache, an meinem Wert, an meinem Können. Das sind so meine alten Schwingungen und die kommen dann immer gerne mal wieder so in die Ecke, wenn ich mich gerade eher schwach fühle. Und du hattest ja auch das Hochsensibelsein angesprochen. Das heißt also, ich reagiere natürlich noch immer auch auf Energien von außen. Und an dem Vortag hatten einige Energien mich da so erreicht, die mich so ein bisschen aus der Balance gebracht haben. Und genau dann ist es ja wichtig, etwas zu haben, was uns wieder in die Balance bringt. Und besonders, wenn wir hochsensibel sind und darauf noch sehr reagieren, ist es wichtig, sich das bewusst zu machen. Und das ist auch schon ein ganz großer, wichtiger Teil der Lösung, es dir bewusst zu machen und dir klar darüber zu werden, dass du wirklich hier in deinem Leben die Hauptrolle hast. Also du bist hier der Regisseur. Du bist derjenige, der es in der Hand hat. Du bist Schöpfer, um es mal mit Roberts Worten zu sprechen. Du bist ein Schöpfer und zwar in jeder möglichen Situation, die sich dir bietet. Und wichtig ist, dass du dir das immer wieder klar machst. Das heißt also, egal ob hochsensibel, essgestört, erkältet, krank oder Sonstiges, du hast es immer in der Hand, jetzt das Beste daraus zu machen und dir das anzugucken, was dich gerade vielleicht selbst wieder in eine niedrigere Schwingung bringt. Weil das niemand im Außen ist, sondern immer nur du selbst. Das heißt, du lässt es zu, dass jemand im Außen dich aus deiner normalen Frequenz, die du gerne hättest, aus der höheren Schwingung, die du leben möchtest, rausgebracht hat. Das lässt du zu und sonst niemand. Und wenn du jetzt einfach mal das Wort Schwingung mit dem Wort Stimmung austauschst, dann wirst du merken, es ist nichts anderes als deine innere Stimmung, wie du dich fühlst. Und was erschafft diese Stimmung? Es erschaffen deine Gedanken und das, wie du reagierst auf dein Umfeld. Und hier liegt ein ganz großer Irrtum bei ganz, ganz vielen, gerade spirituellen Menschen, die sagen, oh ja, ja, die Schwingung tut mir hier nicht gut und die Schwingung tut mir da nicht gut und die Schwingung ist von dem nicht so gut. Und dabei reagieren sie einfach nur auf etwas, was ihre Knöpfe drückt oder etwas, was sie belastet. Und sie schieben es aber nach außen und machen sich damit zum Opfer der negativen Schwingungen. Und es kann so krass werden, dass die Leute überhaupt nicht mehr rausgehen können, dass sie nicht mehr irgendwo hingehen können, weil sie ständig irgendwo niedrige Schwingungen vermuten, die sie jetzt befallen und runterziehen. Dabei sind es ihre eigenen Stimmungen. Und wie sie darauf reagieren, wie die anderen in der Welt sind. Wenn sich zum Beispiel deine Schwingung herabsetzt, weil sich jemand in die Mitte stellt und sehr laut ist und eben die Musik laut macht, weiß ich, als dein Nachbar oder rumbrüllt, dann sagst du, oh ja, das beeinflusst meine Schwingung. Aber nein, das ist etwas, worauf du reagierst. Und in dem Moment verändert sich deine Stimmung. Also ich mag eigentlich lieber das Wort Stimmung, weil es nicht ganz so, ja, nicht ganz so hochtrabend ist und weil es eigentlich viel mehr das ausdrückt, worum es eigentlich geht. Dass wir als Menschen wirklich eine ganz große Fähigkeit haben, wir können unsere Stimmung verändern. Wir haben die Fähigkeit tatsächlich, unsere Stimmung zu verändern. Wir sind nicht Opfer unserer Stimmung, sondern wir produzieren sie selbst. Die Frage ist jetzt nur, ob du sie unbewusst produzierst oder eben bewusst produzierst. Und was ich halt auch so schön finde an dem, was jetzt gerade weiter gesagt hat, ist wirklich der Fakt, dass der Glaube Berge versetzt. Das heißt also, wenn du glaubst, dass du von Schwingungen nach unten gezogen werden kannst oder dass Schwingungen dich negativ tangieren könnten, dann bist du natürlich auch voll drin. Also dann wird es auch so sein. Und ich habe bei mir selbst festgestellt, dass eben auch durch dieses hochsensibel sein, ich tatsächlich viel, viel mehr wahrnehme und wie so ein Schwamm aufsauge um mich herum, was mir dann auch eine Zeit lang gefühlt nicht so gut tat. Und ich habe mir das angeguckt. Das heißt also, ich habe die Situation genutzt, um bei mir zu schauen, was war das jetzt? Was hat das jetzt gemacht mit mir? Was habe ich da in mich hineingesaugt? Und warum? Und jede Situation, die ich da für mich erkannt habe in den letzten Jahren, hat für mich wieder eine ganz große Lösung gebracht. Also ich habe dann wieder erkannt, ja, da war ein Mensch, der mir gerade was verkauft hat. Ich erinnere mich an eine Situation von vor drei oder vier Jahren hier in Thailand. Da war eine ganz, ganz traurige Frau und hat Maiskolben an der Straße verkauft. Und ich bin ja immer so ein, ey, komm, lass uns mal anhalten. Hier ist schon wieder irgendein cooler Straßenstand. Und dann will ich wieder irgendwas essen, was ich nicht kenne, weil ich immer so neugierig und auch offen dafür bin, ganz andere Geschmäcker hier mal so in meinen Gaumen kommen zu lassen. Und Walter meinte schon so, jetzt muss das jetzt unbedingt sein. Das sieht aber irgendwie jetzt hier nicht so ganz hygienisch aus. Und ich weiß auch nicht, ihr guckt so komisch und so. Und ich so, nein, den Maiskolben will ich jetzt unbedingt probieren. Das ist toll, das ist großartig. Naja, und gesagt, getan, ich habe den Maiskolben gegessen. Und ich habe schon gemerkt, boah, die war echt nicht gut drauf, die Frau. Da ging es auch, glaube ich, richtig übel. Und das, was dann anschließend war oder geschah, das war nicht so cool, weil mir ging es dann auch richtig schlecht. Also ich kenne das durchaus, dass man so das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich was echt gegessen, was in keinem so richtig guten energetischen Zustand war. Und ich bin gar nicht mehr so richtig zu mir gekommen, ne? Ja, und daraufhin hast du die ganze Nacht gekotzt, mehr oder weniger. Ja. Und das heißt ja auch nicht, dass das nicht auch existieren kann. Nur, man darf wirklich gut abwägen, welche Schwingungen produzierst du selber und welche übernimmst du. Ich habe nämlich bei mir gemerkt, dass ich natürlich diejenige war, die für ihre Schwingung sehr empfänglich war. Und ich habe für mich eine Überlebensstrategie erkannt, durch sie, glücklicherweise, die ich mein ganzes Leben lang sehr, sehr intensiv ausgeübt habe. Ich habe mich nämlich immer schon in Menschen total hineingefühlt. Das heißt, ich habe all meine inneren Sensoren und Antennen nach außen ausgefahren und in den anderen Menschen hineinfließen lassen. Besonders bei Menschen, die mir ungeheuer waren. Also quasi von denen ich jetzt nicht so ganz genau wusste, was mit denen gerade los ist. Und um mich sicherer zu fühlen im Kontakt mit diesen Menschen, habe ich dann eben meine ganzen Fühler bei ihm hineinfließen lassen, um zu fühlen und mich damit sicherer zu fühlen, um zu wissen, was ist denn da gerade bei der. Deswegen habe ich diese große Trauer und all das auch wahrnehmen können. Aber ich habe meine Fühler dann quasi voll reingetaucht in ihr Honigglas und habe diesen Honig dann in mich hineingenommen. Und der Honig hat mir einfach nicht gut getan. Aber das hat nicht sie gemacht, sondern ich habe das gemacht. Und in dem Moment, wo ich das mir auch bewusst gemacht habe, dass ich in Resonanz gegangen bin. Das heißt, ich bin in Mitschwingung gegangen, zu ihrer Schwingung. Und ich habe liebend gerne in dem Moment unbewusst ihre Schwingung zu meiner werden lassen. Warum? Weil ich etwas mit dieser Schwingung anfangen konnte. Das heißt, immer dann, wenn du auf etwas reagierst oder in Resonanz gehst, hat es etwas mit dir selber zu tun. Also habe ich bei mir tatsächlich ehrlich gesagt einfach nur nochmal meine alte große Trauer, meinen Missmut, meinen Groll und mein Unglücklichsein gefühlt, dass ich bei ihr fühlen konnte und dass ich einfach mit zu mir genommen habe. Und ich glaube, damals war das auch wirklich wie so ein Reinigungsprozess. Ich konnte ja gar nicht anders, als das aus mir rausgeben und immer weiter und immer weiter. Aber hätte ich damals schon noch bewusster gefühlt, was da gerade los ist, hätte ich auch sicherlich nicht mich übergeben müssen. Sondern hätte einfach wahrgenommen, dass ich auf sie reagiert habe, weil sie etwas hat, was ich sehr, sehr gut kenne. Und warum macht es ein Mensch, dass er seine Fühler ganz besonders stark im Außen hat? Weil er vielleicht als Kind das als Überlebensstrategie hatte. Warum? Bei deiner Mutter war es so, dass deine Mutter doch sehr, sehr krass drauf war und dass du als Kind eigentlich immer checken musstest, wie ist sie jetzt drauf, wenn sie hochkommt, das ist der Kneipe. Und du musst es einfach abwägen, droht Gefahr, droht keine Gefahr. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass du vielleicht eine Kindheit hattest, die nicht so ganz easy war und wo du einfach wirklich deine Fühler im Außen haben musstest, um zu überleben gefühlt. Und da verstehst du auch viel mehr, warum du eben vielleicht auch nicht so gut abgegrenzt bist. Warum du eben nicht wirklich dich abgrenzen kannst von anderen Schwingungen. Und das hat weniger mit den Schwingungen der anderen zu tun, sondern eher genau mit diesem Fakt, dass du es üben darfst, dass du deinen Raum einnimmst, dass du dich sozusagen in deiner Kugel ausdehnst und dass du eben nicht nur bei den anderen bist, sondern auch einen gesunden Abstand zu den anderen energetisch hast. Und das ist aber wirklich eine Gratwanderung. Ich habe 15 Jahre mit einem Energiesystem gearbeitet, das ist sowas wie Reiki, und da ging es hauptsächlich immer um Reinigung und Schutz, Reinigung und Schutz. Und das hat sicher auch seine Begründung oder seine Bedeutung und ist absolut nachvollziehbar. Doch was es bei mir bewirkt hat, dass ich durch mein Leben gerannt bin und immer gefühlt habe, okay, sind hier jetzt gerade komische Schwingungen, muss ich mich abgrenzen, muss ich mich schützen? Das heißt, wenn du immer denkst, du musst dich schützen, dann musst du dich auch schützen. Und man zieht förmlich wie ein Magnet eben genau diese Fremdenergien womöglich auch noch an. Und ich erinnere mich, ich erzähle das immer gerne auf Seminaren, ich erinnere mich an eine Familienaufstellerin, bei der ich mal war, eine Ungarin, und die war so lustig, weil sie war so eine rauchige Frau, die halt irgendwie sehr bodenständig war. Und ich hatte mit ihr so eine Sitzung und dann habe ich gefragt, ja, wie machst du das, dass du den Raum reinigst? Hier sind doch so viele Schwingungen von den ganzen Leuten, die haben doch so viele Themen, das ist doch total unangenehm, musst du es nicht ständig räuchern oder mit irgendwas anderem reinigen? Und dann guckte sie mich nur an und sagte, Schwingungen? Dann sage ich, mache ich Fenster auf, sage Schwingung raus, mache ich Fenster zu. Also für sie war das so klar, dass dir der Raum gereinigt ist und dass ihr Umfeld geschützt ist, dass es auch so war. Also die Schwingung der Angst, dass da was sein könnte, zieht letztendlich genau das an, wovor du Angst hast. Und eine Klarheit in dir, dass du deine Schwingung bestimmst. Und darüber wollen wir ja eigentlich reden. Wie kannst du deine Schwingung tatsächlich verändern? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst bist, dass du deine Schwingung, deine Stimmung produzierst. Und dass du mit den anderen natürlich auch in Resonanz gehst, weil die meisten von uns verändern ja gerade dann ihre Stimmung, wenn sie eben den Knopf gedrückt kriegen. Und da ist es eben viel, viel wichtiger, als dass du dein Essen segnest, was sicher auch eine tolle Sache ist, dass du sagst, boah, okay, ich schätze dieses Essen wert. Und wenn da Fleisch drauf ist, dass du sagst, boah, ich danke dem Tier, dass es für mich gestorben ist. Oder eben, wenn es Pflanzen sind, auch wunderbar. Oder Gemüse. Dass du wirklich eine Wertschätzung in das Essen hineingibst. Aber das ist eine Stimmung, die du in dir erzeugst. Es ist eine Richtung, die du in dir erzeugst. Und es kommt jetzt nicht von außen in das Essen rein, sondern in dir wirst du aufnahmebereit für ein Essen, das dir jetzt guttun wird. Das heißt, du glaubst daran, dass es dir guttun wird. Genau. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. Du glaubst daran, dass es dir guttun wird. Und wenn du dieses Instrument noch brauchst, es zu segnen, wunderbar, dann mach das, weil dadurch veränderst du deine eigene Frequenz und glaubst dann, dass auch die Frequenz deines Essens verändert ist. Und auch das kenne ich so, so gut. Ich habe ja auch ganz oft schon erzählt, dass meine Oma immer sehr, sehr wütend und grollig war und dass sie halt oftmals in dieser Stimmung das Mittagessen gekocht hat. Und ich habe das dann entsprechend überhaupt nicht verdauen können. Das lag aber auch wieder nicht an meiner Oma, die da vielleicht Wut oder Groll mit eingekocht hätte. Kann ja sein, dass sie es sogar getan hat. Aber wäre ich in meiner Balance gewesen und auch damals schon mit meinen Sensoren nicht auch noch bei meiner Oma, weil du hast ja gehört, dass ich das immer gemacht habe bei jedem Menschen und besonders bei denen, die mir wichtig waren, Wenn ich das nicht getan hätte, dann hätte ich mit Sicherheit dieses Essen auch verdauen können. Aber es kam eben noch on top zu all den ungefühlten Gefühlen in mir selber hinzu. Und das konnte ich in dem Moment nicht mehr verdauen. Aber das lag an mir. Das heißt also, es gilt besonders für die hochsensiblen Menschen, für die Menschen, die sich da noch unsicher fühlen, vielleicht auch für alle die, die noch mit dem Essen ein Thema haben oder irgendwelche anderen Süchte. Da geht es darum, dich selbst zu klären, bei dir selbst anzufangen und deine Gefühle anzunehmen und die zu fühlen, wenn sie dann mal da sind. Und es nicht eben sofort aus der Hand zu geben und ins Opfer zurückzufallen, so wie wir damals vielleicht als Kinder noch Opfer waren, sondern sich das immer wieder bewusst zu machen. Du bist der Hauptregisseur in deinem Leben. Du hast es in der Hand. Du bist in der Lage, das zu verändern, indem du jetzt bei dir selber schaust, deine ganzen Sensoren wieder nach innen nimmst und mal reinfühlst in dich. Was ist denn da gerade bei mir los? Kommen wir also zu dem Punkt, was kannst du verändern und wie kannst du deine Schwingung in dem Moment, wo du merkst, oh, jetzt ist es gerade nicht so dolle, wie kannst du es verändern? Und der erste Punkt ist, du kennst ihn wahrscheinlich schon, weil wir es immer wieder sagen, du musst es bemerken. Weil manche sind wochenlang oder vielleicht, ich habe mal übertrieben, vielleicht tagelang in so einer Stimmung und bemerken sie erst dann. Und es ist so wichtig, dass man sensibel für seine eigenen Stimmungen wird. Und wenn du merkst, du bist gerade traurig oder du hast so eine Schwere in dir, dass du dir Zeit nimmst, um nach innen zu spüren, okay, was ist gerade los? Wie geht es mir gerade? Und mit dieser Stimmung ein Moment zu sein. Wie mache ich das? Indem ich einfach meinen Fokus nach innen richte, tiefe und sanfte Atemzüge hineinfließen lasse und sage, okay, alles, was jetzt da ist, darf sich erst mal zeigen, darf da sein und ich bin bereit, mir selbst zuzuhören. Wie wenn du jetzt gerade dein E-Mail-Postfach aufmachst und bist bereit, die E-Mail aus deiner Seele zu lesen und mal zu fühlen, okay, was ist denn da gerade? Und du kannst das sehr, sehr gut mit unserer Herz-über-Kopf-Meditations-App machen, wenn du magst. Da sind nämlich ganz, ganz tolle kurze Meditationen drauf, die dich dabei unterstützen, jetzt einzutauchen in dein Gefühl. Oder die Walking-Meditation ist zum Beispiel ein ganz schönes Mittel, da brauchst du eigentlich eine Stunde Zeit, aber da geht es auch darum, dass du spazieren gehst und erst mal überhaupt mal fühlst, wie geht es mir eigentlich gerade? Was ist eigentlich jetzt gerade in mir los? Und damit richtest du die Aufmerksamkeit nach innen, du hörst deiner eigenen Seele zu und hörst, was gerade festgehalten wird vielleicht. Warum? Weil du eben nicht gelernt hast, Trauer einfach durchfließen zu lassen und wieder frei und loszulassen, sondern wir haben gelernt, Trauer oder Schwere alles erst mal wegzudrücken und damit festzuhalten. Und was natürlich auch eine schöne Möglichkeit ist, wenn du merkst, oh ja, das mit dem Thema Angst, das ist eher so mein Thema. Ich habe immer Angst davor, dass mich irgendwelche negativen Energien erreichen, dass das Essen nicht hochwertig genug ist. Dann kannst du unsere Angstmeditation machen. Die findest du alle auf unserer Homepage und die geht auch relativ schnell und du wirst merken, dass du, wenn du deine Angst mal angeschaut hast, auch den Schrecken davor verlierst und dass es sich dann wirklich auch verändert und du dir dann etwas anderes in dein Leben ziehst. Also eben entsprechend gar nicht mehr so diese Ängste hast davor, dass irgendetwas Negatives dich erreichen kann. Und in dem Moment, wo du deinen Fokus auf Vertrauen ausrichtest, auch dazu gibt es tolle Meditationen von uns zum Urvertrauen. Wenn du das Vertrauen stärkst in das Leben, in die Situationen, die dir auch im Leben begegnen und auch in deinen Weg, dann wirst du merken, dass du ein ganz anderes Leben führst. Dann bist du bereits in der anderen Schwingung und so helfen natürlich jede Form von Meditationen. Aber du hattest ja gefragt, was man machen kann, wenn man jetzt keine Zeit hat, gerade mal eben zu meditieren. Und vor allem ist dir bewusst machen, dass wenn du eben der Angst zu viel Raum gibst im Sinne von Unbewusstheit, dann wird genau das, wovor du Angst hast, gefördert. Genau, das heißt also Bewusstheit. Ja, und das ist eine absolute Motivation, es tatsächlich zu tun. Einen Moment sich hinzusetzen, dieser schwere Raum zu geben, zu atmen und sie durchfließen zu lassen. Und dann kannst du deine Frequenz erhöhen. Du kannst tatsächlich, wenn du eben den Fokus jetzt auf das richtest, wo du sein willst, wenn du eine Vision erschaffen hast oder ein neues Ich erschaffen hast, wo du genau weißt, wie das sich anfühlt, wenn du in deiner Größe, wenn du in deiner Leichtigkeit, wenn du in deiner Freude bist, dann kannst du deine Emotionen hochziehen. Es ist wie so eine Art dunkler, tiefer, langsamer Ton, den du in einen höheren, frequenziell schnelleren Ton hochziehst. Wie an so einem Mischpult oder an so einem Regler. Das geht. Du kannst es jetzt sofort ausprobieren, wenn du versuchst, einmal in dir die Freude zu fühlen, indem du sie wirklich in dir spürst, indem du deine Aufmerksamkeit in dein neues Ich hineinlegst, das freudig und das leicht und das enthusiastisch nach vorne geht. Und was da auch wirklich gut hilft, ist zu lächeln. Also dein Körper kennt keinen Unterschied. Er reagiert auf das, was du denkst. Und wenn du dir jetzt erlaubst, in dieser Sekunde deine Frequenz zu ändern und das auch als einen Befehl an dich selber liebevoll abgibst und dabei lächelst, mindestens eine Minute lang, dann wird dein Körper automatisch folgen. Das heißt also, er wird bereit sein, deine eigene Frequenz zu ändern, weil es immer deine Wahl ist, welche Frequenz du hast. Und du brauchst nicht viel, du brauchst auch keine fünf Stunden Zeit oder eine halbe Stunde für eine Meditation. Du kannst es direkt entscheiden und jetzt gleich machen. Ich sitze hier gerade und lächle. Das sieht sehr komisch aus. Das sieht sehr komisch aus. Das macht auch überhaupt nichts, dass es komisch aussieht und es macht auch überhaupt nichts, dass es gefakt aussieht und sich auch so anfühlt. Halt es einfach durch für 60 Sekunden und die körperlichen Ausschüttungen passieren, auch ob du daran glaubst oder nicht. Du wirst tatsächlich dieses Oxytocin ausschütten, das dann deine Stimmung wieder verändert, dein Glückshormon, dass du wirklich dich anders fühlen wirst. Und genau darum geht es. Du krassest tatsächlich als Mensch in der Hand. Du bist kein Opfer deiner Stimmung, solange sie nicht pathologisch ist, sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt gar nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, dass jemand, der in einer tiefen Depression ist, natürlich erst mal sich nicht einfach nur ein Grinsen aufs Gesicht setzt und dann ist alles wieder gut, sondern da geht es natürlich auch darum, dass du vorher, und das ist ganz wichtig, dass du das eben nicht weglächelst, sondern dass du vorher all das da sein lässt und einmal hindurch fühlst und es einfach gefühlsmäßig loslässt, dass es durch dich durchfließen kann und abfließen kann. Und dann ziehst du deine Energie hoch, dann richtest du dich aus, wo du eigentlich hin möchtest. Und für alle, die Yoga machen, das ist auch eine ganz einfache Übung, weil du das ja sicher kennst, die Kundalini-Energie zu erhöhen. Und wenn du dir einfach nur vorstellst, während du jetzt gerade hier sitzt oder gehst oder dein Haus aufräumst oder was auch immer du gerade machst und diesen Podcast hörst, stell dir vor, wie deine Kundalini-Energie dein Rückgrat hoch fließt. Das heißt also, du lässt sie aus dem Wurzelchakra immer höher und höher fließen, bis hinein in deinen Kopf und weiter. Das heißt, die Anbindung, die du manchmal im Yoga erlebst, die kannst du durchaus immer mal wieder am Tag auch stärken. Du kannst dir das einfach kurz vorstellen und schon bist du in einer anderen Frequenz. Und atme über das Herz ein und aus. Diese kleine Übung bringt so viel. Öffne dein Herz, indem du über es ein- und ausatmest. Auch das hilft dir, entsprechend Situationen ganz anders wahrzunehmen und überprüfe deine Gedanken. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor bei allem, was du erlebst. Prüfe, was du noch so denkst über die Energien, über das Essen, über die anderen und so weiter und so weiter. Schreib dir das auf. In dem Moment, wo es aufgeschrieben vor dir steht, schwelt es nicht mehr um dich herum und bestimmt deinen Tag. Denn du weißt ja, das, was du gestern gedacht hast, ist heute deine Realität. Und leider denkst du immer das Gleiche. Und so ist das in einer endlos wiederkehrenden Schleife. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein Mensch mit dem 35. Lebensjahr sein ganz eigenes Computerprogramm abgeschlossen hat. Dann ist es fertig entwickelt. Und nach diesem Computerprogramm mit 35 läuft das Leben weiter seinen Lauf. Und jeden Tag die gleiche Schlaufe. Jeden Tag das gleiche Computerprogramm. Deswegen finden wir das unglaublich hilfreich, dieses Computerprogramm so genau wie möglich zu kennen. Wenn du weißt, was sind da für emotionale Blockaden drauf? Was habe ich da abgespeichert an unwahren Gedanken? Wenn du die alle kennst, dann bringst du diese Energie wieder in den Fluss und du veränderst dein Computerprogramm. Und wir laufen sonst per Autopilot täglich in die gleichen Dinge hinein. Und es ist ganz wichtig, dass du da eben anfängst, Bewusstsein drüber zu erschaffen, dich liebevoll zu beobachten aus einer Vogelperspektive heraus. Dazu dient es dir sehr, glaube ich, wenn du das aufschreibst und nochmal überprüfst. Dazu gibt es ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und für alle, die jetzt das Gefühl haben, wow, da möchte ich mehr drüber wissen, laden wir euch nochmal ein in unsere Ausbildung zum Inspirations-Proach. Weil wir glauben und sind fest davon überzeugt, dass das die wichtigsten acht Monate im Leben eines Menschen sein können. Die wertvollsten, die wichtigsten, die richtungsweisendsten und die, die wirklich am effektivsten sind, um sich selbst zu entwickeln und dabei noch eine wirklich hundertprozentig funktionierende Methode zu erlernen, die andere Menschen ebenfalls in ihre Größe und in ihr Strahlen bringt. Und wenn dich das interessiert, gibt es jetzt sogar zwei Ausbildungsgruppen ab August. Eine in Berlin und eine in Frankfurt am Main, dort in der Nähe. Also wir laden dich dazu herzlich ein. Ich glaube, es gibt keine sinnvollere Investition in das eigene Leben, als sich so etwas zu gönnen. Wir haben so viele solcher Dinge gemacht in unserem Leben und sie waren immer extrem hilfreich, um das zu kreieren, was wir jetzt hier in unserem Leben haben. Denn wir waren nicht immer für zwei Monate hier in einem wunderschönen Haus in Thailand, sondern wir kennen ganz, ganz andere Zeiten. Dunkle Zeiten, traurige Zeiten, hoffnungslose Zeiten. Und wir haben es selbst verändert und uns hier in dieses Leben gebracht. Und wenn wir das können, dann kannst du das erst recht. Und wenn du Lust hast, uns kennenzulernen bei den Inspirationstagen, auch das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, weil wir an einem Wochenende ganz intensiv an deiner Vision feilen, an diesem neuen Ich feilen. Dass wir dir auch natürlich deine Erfolgsverhinderer uns anschauen, aber wir positionieren all deine Energie in diesem neuen Ich. Wir öffnen sozusagen eine neue Möglichkeit für dich, wo du hingehst und wer du sein willst. Und das macht so viel Spaß mit so vielen tollen Leuten. Also, wenn du dabei sein willst, jetzt in Kislek ist eine der nächsten Veranstaltungen. Komm vorbei. Wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen und wünschen dir jetzt einen wunderschönen Tag, an dem du wieder die Chance hast, dein Strahlen in die Welt zu bringen. Und denk dran, dein Strahlen verändert die Welt. Und wenn es nur einen Menschen erreicht, dann ist das schon sehr, sehr, sehr viel wert. Dein Strahlen macht die Welt ein Stückchen heller. Und jetzt genieß deinen Tag und achte mal auf deine Stimmung, Schwingung und wenn sie etwas niedrig schwingend ist, dann lass sie los, fühl sie und zieh sie in die Richtung, wo du sie haben willst, nämlich öffne dein Herz, spür dieses Herzzentrum und die Liebe in deinem Herzen und lass sie wieder fließen und du wirst merken, deine ganze Schwingung verändert sich sofort. Und träume, 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 träume groß. Erlaub dir selbst, in die tiefste, schönste Vision deines Herzens einzutaufen. In dem Moment, wo du dich wieder öffnest zu träumen, zu visionieren und groß zu denken, bietet sich dir auch die Möglichkeit, in dieses Leben immer mehr einzutauchen, dort anzukommen. Aber leider nur dann, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt. Es kann nur das in dein Leben kommen, wo du deine Energie hinrichtest. Also, richte sie auf das Richtige heute und lass es dir gut gehen. Bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.